Ihr bekommt regelmäßig ungewollte Anrufe von Werbefirmen zum Beispiel, von Gewinnspielfirmen und so weiter. Jetzt möchtet ihr diese Nummer natürlich blocken. Ein guter Ansatz ist dafür telos.de. Die Seite kennt ihr vielleicht schon, weil ihr mal nach der Nummer gegoogelt habt, die euch da angerufen hat. Telos hat eine Community mit vielen Nutzern, die diese Nummern eintragen, bewerten und kommentieren. Man hat also auch die Möglichkeit einer Rückwärtssuche. Man gibt die Nummer ein, findet eventuell die Nummer, die einen gerade angerufen hat und stellt fest, dass man nicht nur selber von der angerufen wurde, sondern auch andere Nutzer von der Nummer genervt wurden. Jetzt wäre es doch praktisch, wenn man diese Nummer direkt wegblockieren kann. Und das geht tatsächlich, und zwar mit der neu eingeführten Funktion in der Fritzbox, nämlich die Funktion Adressbücher über CardDAV-Server zu synchronisieren. Diese Synchronisierung stellt sicher, dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Bevor wir jetzt gleich loslegen, erkläre ich erstmal das Grundprinzip, was wir heute in diesem Video machen. Die Telos-Telefonlisten werden als Telefonbücher gepflegt und können mit der Fritzbox synchronisiert werden. In der Fritzbox selbst kann ich dann bestimmen, dass ankommende Anrufe aus diesen Telefonbüchern einfach weggeblockt werden. Das heißt, die Lösung, die wir uns heute anschauen, eignet sich vor allem für Festnetztelefonie. Und die kann jeder anwenden, der eine Fritzbox mit einer Firmware hat, die größer 7.20 ist. Diese Blocklisten muss man für zwei Jahre kaufen, dann zahlt man einmal 20 Euro oder ein bisschen weniger, das werden wir gleich sehen, und hat dafür zwei Jahre lang Aktualisierungen dieser Blocklisten. Die Community sorgt dafür, dass die Nummern immer aktuell gehalten werden, und im besten Fall bekommt ihr dann gar keine störenden oder ungewollten Anrufe mehr auf euer Festnetztelefon. Aber genug geredet, legen wir los. Im ersten Schritt gehen wir in den Tellos Shop. Ich habe euch unten auch gleich in der Videobeschreibung den richtigen Link hingepackt. Dort könnt ihr direkt auf die Scorelisten für die Fritzbox zur Anrufererkennung und Rufsperre kommen. Im unteren Teil müsst ihr jetzt auswählen, für welches Land ihr die Blocklisten gerne kaufen möchtet. Man kauft einmal diese Blockliste und zwei Jahre lang erhält man dann Aktualisierung für eben diese. Mit dem Rabattcode erhaltet ihr nochmal 10% Rabatt auf den Kaufpreis. Ich komme dann also auf eine Summe von 17,95 Euro. Ich klicke einmal auf Zur Kasse gehen. Ich könnte jetzt auch Paypal nutzen, ich gehe aber mal direkt zur Kasse und erstelle dann direkt ein Tellos Konto. Jetzt habe ich mich erstmal nur registriert, aber der Kauf ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Deshalb gehen wir jetzt zurück zum Warenkorb und schließen die Bestellung ab. Möglich ist jetzt eine Zahlung per Vorkasse. Ich will es schneller haben, deshalb nutze ich jetzt Paypal. Bevor wir jetzt auf Zahlungspflichtig bestellen klicken, prüfen wir nochmal, ob alles soweit korrekt ist. Unten sollte die Liste stehen, die wir kaufen möchten, also das richtige Land sollte dabei stehen. Und bei der Gesamtsumme sollten wir nochmal darauf achten, dass der Useful-Wid-Rabatt abgezogen ist. Dann akzeptiere ich noch die AGB von Tellos und klicke einmal auf Zahlungspflichtig bestellen. Der nächste Schritt ist jetzt, das Telefonbuch in die Fritzbox zu integrieren. Wenn ich in der Regel ein Kartoff-Adressbuch bei mir einfüge, brauche ich drei Dinge, nämlich einen Link, einen Kartoff-Link, einen Benutzernamen und einen Passwort. Und das finden wir jetzt, wenn wir auf meine herunterladbaren Produkte klicken. Denn dort sehe ich schon, dass die Score-Liste gekauft wurde, Status steht auf Beverfügbar. Und mit dem Klick auf Fritzbox-Liste Deutschland kann ich einen PDF herunterladen, in dem genau diese Daten alle stehen, die ich brauche. Nämlich vor allem interessant für mich ist der Tellos API-Key. Uns interessiert jetzt also dieser mittlere Block aus dem PDF. Einmal will ich den API-Key wissen und einmal das, was unter Neu steht, nämlich die Integration ins Kartoff-Telefonbuch. Im PDF ist dann auch direkt die Dokumentation verlinkt. Da klicke ich einmal drauf. Und hier bekomme ich dann eine Anleitung, wie ich das Ganze integrieren kann. Die könnt ihr euch natürlich auch durchlesen, aber wir machen genau das Gleiche jetzt im Video. Dazu rufe ich bei mir im Browser die URL fritz.box auf. Das sollte mich auf die Web-Oberfläche meiner Fritzbox führen. Hier gebe ich dann mein Fritzbox-Kennwort an und auf der linken Seite im Menü wähle ich dann den Punkt Telefonbuch aus. Hier sehe ich jetzt meine vorhandenen Telefonbücher. Ich möchte aber zwei neue anlegen. Nämlich, wir werden eins anlegen für eine Score-Liste mit dem Ranking 7 und eine Score-Liste mit dem Ranking 8 bis 9. Ich klicke also rechts oben auf Neues Telefonbuch. In der Anleitung, die wir vorhin geöffnet haben, gibt es eine kleine Kurzanleitung. Und die ist nämlich genau das, was wir brauchen. Da bekommen wir beide URLs für dieses Adressbuch. Wir bekommen den Benutzernamen, der ist bei allen gleich. Und das Passwort müssen wir dann wieder aus unserem PDF holen. Ich vergebe jetzt einen logischen Namen, zum Beispiel hier Telos Score 7 Sperre. Damit weiß ich, dass in diesem Telefonbuch die ganzen Telefonnummern sind, die eine Wertung von 7 haben. Bei Telefonbuch Anbieter wähle ich einfach CardDAF Anbieter aus. Das hat den Vorteil oder das bietet uns dann die Möglichkeit, dass wir eine eigene URL eintragen können. Und da tragen wir natürlich die ein von Telos, die wir auf der Kurzanleitung gefunden haben. Der Benutzername ist, wie gesagt, bei allen gleich und er heißt einfach Telos Fritz. Und das Passwort ist dann der API Key, den wir in unserem PDF finden. Das war's schon. Jetzt kann ich das Adressbuch speichern. Das nächste, was die Fritzbox macht, ist Stadion die Synchronisierung. Damit habe ich jetzt hier oben ein neues Adressbuch. Und hier finde ich dann die ganzen Telefonnummern. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Score-Liste für 8 und 9. Diese zwei Listen machen das Ganze ein bisschen flexibel. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich so viele Nummern sperren möchte, dann sperre ich nur die Nummern 8 und 9. Da kann ich mir relativ sicher sein, dass die nicht durchkommen sollten. Dann würde ich eben sicherstellen, dass immer noch Nummern, die auf dem Scoring 7 stehen, bei mir durchkommen. Und ich jetzt nicht irgendwie Anrufe verpasse, die ich erhalten wollte. Merke ich aber, dass das Ganze nicht reicht, dass immer noch Anrufe durchkommen, kann ich sofort die Scoring-Liste 7 wieder einschalten. Das Einzige, was sich jetzt bei der Einrichtung der Listen 8 und 9 endet, ist die URL. Benutzername und Passwort sind weiterhin identisch. Wir haben also wieder unseren API Key und den Benutzernamen Telos Fritz. Und auch hier sehe ich jetzt wieder, dass ich ein neues Adressbuch bekommen habe. Also alle Nummern mit der Score von 8 bis 9 sind jetzt in meinem Telefonbuch aufzufinden. Ja, jetzt habe ich ein Telefonbuch angelegt. Das hilft natürlich jetzt noch nichts, um die Nummern zu sperren. Deshalb nochmal in die Fritzbox. Auf der linken Seite finde ich dann den Punkt Rufbehandlung. Und hier klicke ich dann rechts unten auf Neue Regel. Als erstes wähle ich oben aus, dass diese Regel für ankommende Anrufe gelten soll. Und bei Bereich habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Telefonbuch auszuwählen. Und hier kann ich eines der beiden Telescore-Telefonbücher jetzt auswählen, die ich angelegt habe. Das war jetzt schon der ganze Zauber und ab jetzt habt ihr nichts mehr zu tun. Das ist der Vorteil der CardDarf-Methode. Mit dieser Methode werden die Adressbücher regelmäßig synchronisiert. Das heißt, wenn es neue Nummern gibt, die störende Anrufe verursachen, werden die einmal am Tag in eure Fritzbox geladen und blockiert. Ihr müsst also nicht manuell ständig die Listen aktualisieren. Das heißt, wenn es neue Presse geht, dann kommt sie zur Källe nicht um den Punkt Ruf und Tabern. Das heißt, wenn es neue Presse geht, dann kommt sie zur Källe nicht um den Punkt Ruf und Tabern. Wenn es WiFi geht, dann kommt sie auf eine Probeerücherin und das Tagesordnung.